was geht ab leute heute zu einem video roblox roblox heute sind schon drei videos online also das ist mein drittes video heute und ja weil ich bin heute zwei games einmal wie heißt das spiel bus das spiel heißt ob ich bus irgendwas und danach spielen wir mal auf dem privaten server strongest battlegrounds das ist puh nicht buh ja der heißt nicht buh der heißt puh sind wir in einem anderen ich kann nicht klipp nie auf wo digga auf puh aus eh digga auf eh mann ja wir haben gehen ich kann den einfach nehmen und ich kann den einfach so Bogen werfen Wettbewerb dieses Essen Dinger hat auch nicht gekackt ich kann die Buben ich kann die Buben bisschen weil ich weiß nicht ob das zu zweit geht ich kann die Buben bisschen Buh füttern du hast bisschen auf sich gekackt ja ja gibt's doch nicht da da Apple wir müssen ihm alles aus dem Kühlschrank geben Chili ich war schädiger er hat auf sich gekackt Kleiner Kühlschrank 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 L不好 Leute aber ich bin dein Ernst immer sind Gravity Buh waschen in 잡its in Mülleimer warte ganz kurz ich kann den Fußball Die Liebe Ich muss jetzt in die Medizin gehen. Ich weiß schon alles. Mann! Wieso? Er hat auch wieder. Ja, wieso heißt der Bu? Medizin für Bu. Wieso braucht Pu Medizin? Ja, aber er hat zu gut. Wieso braucht er jetzt Pu Medizin? Ja, er hat auch nicht zu krass, Digga. Bro, Pu fährt gerade einfach Auto... Kann man den doch einfach so droppen? Irgendwie? Weil ich kann ihn hier nur werfen. Digga, die Vergehen ist so stark. Digga, ich muss den Ball werfen. Okay, Pu in Weltentwick. Hier, ich glaub das ist hier. Du brauchst Medizin. Pussi. Du kannst ihn normal lassen, Digga, wie? Mann, ich kann... Hey! Wo ist denn Pu seine Medizin? Da bei... Kühlschrank bei... Wenn du waschst. Ah, hier. Ne, hier. Wieso ist er in jedem Regal? Wieso ist sie überall in jedem Regal kackig? Wieso ist sie überall in jedem Regal kackig? Ja, hier ist die Medizin. Ne. Esachi, wo hat ein Doppel? Ich glaub, es ist einfach Sushi drin. Mann, wo ist denn hier Pu seine scheiß Medizin? Hier ist nur Kacke. Aber ehrlich Kacke. Kolina, ich kippe! Mann, wo ist da? Oh, das ist ein Bild da zur Medizin. Kolina. Mach das in deinem Mund, Digga. Ah! Ist doch... Ist doch... Oh, Pufschwede. Komm, du kleiner Teil. Kissen, Digga. Was glaubst du noch da? Kissen! Ich meine Kissen. Wo ist denn die Pu seine Medizin, Mann? Oh, Mann. Oh, Mann. Hä, hier essen Burgers. Auch so viel Medizin, finde ich. Go to bite. Äh, growl. Okay, Pum? Du renn. Mann, Pu. Wo ist denn du schönes Medizin, Mann? Ich meine, das ist gerade ernst, Digga. Pu, nervt mich. Wo kann ich das denn nicht nehmen? Dann... Dann friss halt Sushi. Soll ich denn sonst anderes geben? Du hast hier nix. Hier, friss Sushi. So viel du kannst. Hier ist nix, Alter. Außer Kacke. Ist das hier die Medizin? Es ist nicht die fucking Medizin, Mann. Wo ist deine kacken Medizin? Schau, wer denn jetzt hier drin ist. Ich hasse Pu, Digga. Hier, dann... Trink halt jetzt deine scheiße Medizin und lass mich zufrieden. Ja, dann hier, nimm den scheiß Tennisball, Alter. Am liebsten fress ihn. Hier, ich werfe nicht den Tennisball, ich werfe jetzt dich. Ich mach jetzt Home Run. Home Run, Digga. Oh, Pu muss jetzt schlafen. Junge, ich werfe dich weg. Junge, ich werfe dich weg. Jetzt geh schlafen, Mann. Gute Nacht. Tag, ich hasse ihn, Alter. Bu, er schläft jetzt. Du, du kannst nicht schlafen. Was soll ich jetzt machen, Mann? Wer schläft der Typ denn jetzt? Junge, du lebst ja schon, oder? Mann, wieso schläfst du noch nicht? Geh schlafen jetzt. Ich geh schlafen, Mann. Bu, ins Bett legen und schlaf. Ah. Muss selber schlafen, oder? Ist das hier mein Bett? Nee. Glaub' mal nicht. Glaub' mein Bett? Ist das auf der... Nee. Ja, Digga, wo soll ich denn hier überhaupt schlafen? Da kann ich ja nicht schlafen. Ich hab' keine Ahnung mehr, wieso. Guckt hier. Ich leg mich, ich will mich hier aufs Bett legen. Das geht the fuck noch mal nicht. Ich prob' jetzt mal auf Controller. Oh. Das geht nicht. Ich drück' jetzt auf jeden Knopf, Mann. Mann. Das ist der kleine Keck, Alter. Wir müssen auf Walli warten, weil Walli gerade weg ist. Du musst einfach schlafen. Was ist gerade denn? Du kommst mit mir. Bitte, sag' nichts Schlimmes. Buh, ihre Freundin! Geh' schlafen, Mann! Du musst dich schon wieder wüttern. Ich hasse' dir dieses Spiel, Mann. Die sind beide so fett wie keine Ahnung was. Erstmal Buh. Dich erst mal füttern, du... Mann, wieso tut ihr mir das an? Okay, dann ess! Hier! Wieso ess' du nicht? Ess! Komm, geht's denn wieder da, Leute! Alles gut, Walli! Ich hasse' dieses Spiel, Alter! Du doch? Ja, egal! Ich muss beide füttern! Die beiden werden sonst noch zu fett, aber egal! Hier ist Sushi! Yummy! Nimm, 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 nimm! Hör auf zu schmatzen! Hier ein scheiß Burger, Alter! Wer will den haben? Mann, du solltest dir Kacke zu essen geben, oder was? Was? Ess' doch! Mann, gib mir meine scheiß Pizza wieder! Start 1, 10, 10! Wo ist meine Pizza jetzt hin? Start 1, 10, 10! Start 1, 10, 10! Start 1, 10, 10! Was! Was! Mann, Feria, Putin! Was ten Walli! Mhm! Diego, warte napisane... Diego, wussi, ja muszę iść! To zostaniem z nami! Dobrze! Tak jak dzisiaj, w Czechii! Nie zamykaj mi tu drzwi! Ok! Jak ona przyjdzie, powiedz mu, że jest wietarmi pojedzenie dla niego! Ok! Walli! Walli! Bekomme ich jetzt Jumpscare? Ja! Ok, Digga! Ich liebe! Ich hab keinen Bock auf Jumpscare! Walli! Lass ein bisschen! Warte! Aber dafür muss ich kurz auf meinen zweiten Account! Digga! Ich glaube, ich werde grounded, Digga! Come strongest! Come strongest! Come strongest! Ja! Digga! Ehm ... Can't you? You'll buy your power! Was? Ehm ... Will? You'll buy your power! Ehm, ja! It's for free! Ok! Hey, sorry! Bye! There's nothing going to happen. Jaley. Okay, warte, weil ich jetzt rein... Ah, ich hab vergessen! Hä, doch! Ich bin auch auf den Scheiß privaten Server gejoinnt. Nein, warte, weil das... Keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber das ist irgendwie public, weil dieses Spiel zu dumm ist für einen privaten Server. Ja, aber egal. Mach denen ja nix aus. Wart? Ja, Mama. Okay. Wieso ist das public? Ich möchte in keine Publix rein, Alter! Geh mir mal, du scheiß... Ach, der Gäste! Er sagt dir, ich mach! Ja, wie? Das geht doch nicht! Hast du Lust? Das geht doch nicht! Ich bin doch fertig, komm. Mhm. Ich hasse das Spiel. Mach kurz. Mann, ich hasse Roblox so... so krass! Das geht doch... weil ich bin dumm warte ich mag ganz kurz was es geht auch nicht es geht nicht bist du noch mit anderen player ja wie denn sonst ich mache ich weiß ich habe mehrmals Das ist schon mal. Kisu, Selva! Kisu, Selva! Kisu! Ok, Privat, Selva! Hey, wie? Ja. Ich hab mein Euroblocks abrund und andere Redlets abrund. Und ich hab da einen Sauer gemacht. Und ich joiner ihn. Ja, bei mir schon... ...gemacht. Laut! Keine Ahnung! Ja! 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 Ich zuck. Äh! R-Soft. Ja! Ja! Ey, Leute! Ich mach noch... Rally! Ich zuck da! M4 Wow, guck mal! Sekundär hab ich noch gar nicht USP! Hä, ich dachte die USP sieht anders aus Skins? Non! Ich glaube ich würde mir Bobach reinmachen Ich hab ein geiler Power-Geday Super-Kraft Ich hab ein Materiel Arten für die Vettel Power-Geday Ich hab ein Reino-Hunter Ich hab ein Reino-Hunter Ich hab ein Reino-Hunter Ich hab ein A-K-Hunter W.... Ich hab ein Reino-Hunter Schrei 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 Ich hab's Euer-K-Hunter Ich hab's gehe Schrei 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 Ah, das erste Mal, Digga. Bin ich gestorben. Ach, Digga, von wo? Wenn ihr seht, dieser Exklusiv-Push, hier rufen wir noch ein Tag mit uns, mit Exklusiv-Push. Ich war die ganze Zeit, aber in diesem Fall, hier sind die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit. So, wenn du jetzt den Weg hast, dann erst mal ein Schuss mit einem Schuss und die Leute direkt zur Wohnung zurück ah, ich fahr nach oben, das ist hier muss man bleiben und direkt zurück die waren in Afrika die besten Chemie, muss ich Ende und die Zeit auch noch ein bisschen und er ist auch ein 1 sport es Basic ist sie durch Launch und mit Pourstel muscle anfangen weiter 0 Und jetzt mit Kicks, so, also ich habe euch circa 1, 2, 3 und Kicks. Ich bin ein Kicks, so, auch mein Kicks, aber ich habe euch schon ein Kicks. Ich bin ein Kicks, ich bin ein Kicks. Ich bin ein Kicks, ich habe euch noch nicht mehr so, ich habe euch schon gesagt. Ich bin ein Kicks, das ist ein Kicks. 1, 2, 3 Scheiße, Mann. Ach, Digger! Junge! Oh, zieh keinen Bock. UMP wäre ein bisschen geil. Was? Was? Ach, Götze, geil. Jetzt, jetzt, jetzt! Jetzt, nein, nix. Jungs, Jungs, Jungs! Ach, der ist ja immer dieser mit diesem I-Show-Speed komischen Skin. Ja, aber ich habe keinen Bock hier. Ich habe I-Show-Speed noch. Oder? Jetzt da, I-Show-Speed, Mann! Warum ich die ganze Zeit so töten, Mann? Der sieht aus wie I-Show-Speed. Ich bin der I-Show-Speed. I-Show-Speed! Was hast du gesagt? Das I-Show-Speed. Nein, ja, ich kann die, aber ich habe jetzt keine Lust. Ich habe I-Show-Speed. Ja, ich habe I-Show-Speed-Speed getötet. Nein, ich kann... Nein, hör auf jetzt, Mann, bitte. Ich habe I-Show-Speed-Speed. Ich habe I-Show-Speed-Speed. Ich habe i-Show-Speed-Speed-Speed. Oh, mein Gott, der Gart! Nein, Mann, wie... Ich meine Da spüste... Nein. Ich habe mich... Ich habe ich... Ich habe ich noch. Ich habe ich noch. Oha, Daya! Ich haße diesen Typen. Ich haße diesen Typen, Mann. Mann. Oh, Haube Hine, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich habe ihn. Ich hab ihn. Der Mann. Ich hab ihn. Junge, immer der Typ. Ich hab dem Typen nichts getan. Guck, Alter. Wo steht der Typ? Wo ist der? Der ist so dead. Shit. Ein Kälmer, zwei. Ach Junge, ich hasse diesen Radius. Digga, immer nur der. Wir haben eigentlich schon easy gewonnen. Junge, leck mich, ich will gar nichts. Ja, ich nehme einfach irgendwas, keine Ahnung. Mann, Digga. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Ich habe es nicht gefallen und ciao.